Musik Hey, lasst uns doch Mitternacht treffen. Oh ja, ich schleiche mich dann aus dem Haus, wir gehen dann in den Wald. Ich bin diese Nacht allein zu Hause. Ich kann ohne Probleme kommen. Da war ein Labyrinth. Am Ende des Labyrinths war ein Zauberbuch. Jeder musste einen Spruch daraus lernen. Alter, das sieht geil aus wie in einem Zauberwald. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Ich glaube, wir sind in einem Labyrinth. Wir sind alle wieder rausgekommen und sind nach Hause gefahren. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.